Wir sind heute hier beim Kleingartenempfang im Landtag. Wir als BVB Freie Wähler heißen die Gartenfreunde willkommen. Sie repräsentieren wirklich das Beste in uns allen. Umweltschutz, Artenvielfalt wird dort gepflegt, gesunde Lebensmittel angebaut und das Ehrenamt gepflegt. Und dem wollen wir natürlich eine Stimme geben, eine politische Unterstützung und eine Würdigung. Gutes Beisammensein, nette Gespräche, darum soll es heute Abend hier gehen und vor allem eine Wertschätzung all der Arbeit, die die Gartenfreunde tun. Über 160.000 Kleingärtner gibt es im Land Brandenburg und die brauchen eine starke Stimme im Landtag und die haben sie in BVB Freie Wähler. Und heute paar nette Gespräche, ich mache mich mal auf den Weg. Erstmal danke für die Einladung. Die Gespräche mit euren Abgeordneten finde ich auch total nett und toll. Auch sehr informativ gewesen. Ja, wir sollten aber schönen Dank für die Einladung. Wir werden gerne wiederkommen. Es ist immer schön, wenn man seine Meinung zu sagen kann. Ja, ansonsten fand ich einen gelungenen Abend. Ja, es ist interessant. Vor allen Dingen hat man auch Kontakt mal zu Landtagsabgeordneten, aber auch zu Kollegen von anderen Kreisen. Und man kann da sich doch ein bisschen unterhalten und man stellt fest, dass die Probleme eigentlich ziemlich ähnlich sind. Und das ist auch wichtig, dass man sich da ein bisschen fühlt als mit einer Unterstützung. Man merkt auch die Vorarbeit der BVB Freie Wähler Brandenburg. Und es waren bestimmt Vorarbeiten, die dazugehörten. Locker, alle schick. Beeindruckend, vor allen Dingen die Ausführungen, die man heute hier hören konnte und vernommen hat. Belegen doch die inhaltlichen Schwerpunkte und vor allen Dingen auch die Probleme, die es insgesamt dabei mit gibt. Ja, rundum gelungen. Das war der erste parlamentarische Abend der Fraktion BVB Freie Wähler im Landtag. Wir haben Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus dem ganzen Land eingeladen, um mit ihnen uns über ihre ehrenamtliche Arbeit zu unterhalten. Wir schätzen Kleingärten sehr, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil in unserem sozialen Leben. Vielen Dank, dass ihr da wart und es war ein toller Abend. Danke. 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 Danke.